Oh der F**k Irgendwo bei Checkpoint musst du einen Halt machen und so 5 Sekunden warten bis die Leute drin haben Hey, 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 hey It's on! Das wäre geschossen Habt's gesehen Wer holt heute die meisten Oh, Early ist vor mir links Ich bin ganz vorne Ich bin ganz vorne Obwohl, ne, doch nicht Warte, warte, warte Warte, warte, warte Warte, warte Warte, warte Warte, warte Du bist dann alle vorbeigefahren Ihr müsst, wenn da Gau steht, müsst ihr gar's gehen NEIN, du bist bei 2 Da stand bei mir noch eine 2 Ihr habt euch da verbündet Aber es sind 5, 6 Leute losgefahren Wieso, der Busch mich auch, der Busch hält mich auch Ich fahr da immer Ja, es ist einfach wohl die Luft gemacht Warum spielen wir diese Scheiß Map? Wie hat sich dieses Rennen ausgedacht? Ey, wie, der Busch Ja, einige Bücher haben so massive Kerne. Ich wurde gerade von dem Ziemlichen abgedrängt. Ich fahr durch Busch auf einmal, hab ich kein Tempo mehr. Oh nein! Ich bin hinter Erli! Ganz schlimme Kurve. Aus dem Weg, Erli! Oh Gott! Leute, spätestens mit der Sachse ein Renngewinn müssen wir aufhören. Oh Gott, ich bin vorbei. GTA im Allgemeinen meinst du? Oh, Erli! Danke, Grant! Ey, was für Musik. Ey, die sind so geil dafür. Als wenn die nix wiegen würden, wenn du gegen irgendwas gehst. Oh, Mexlein! Ich hab doch gar nichts gemacht, ich war vorhin vorhin gefahren. Ja, warum denn? Ja, weil Erli da war. Weg, Leid, warte! Weg, Leid, zurück! Es gibt nie... Sagst du mal, ich hinter uns kommen die Ebenen! Hinter uns kommen die Ebenen! Ich werde letzter! Ich werde so bittiger sein! Was, das war nicht korrekt? Das war nicht korrekt. Glaub ich gehen, oder? Das kriegst du jetzt zum Grafs. Nein! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, Gott! Ich bin den Berg runter! Fieses Lobby! Moin! Ich war so weit vorne dabei! Hat Liquid mich grad überrundet, oder? Nee, ich war ganz hin mit Punkt zu Punkt überrundet. Jetzt kommt der! Jetzt gibt's Rache! Wie schlecht bist du denn heute? Überhaupt nicht schlecht. Nur wenn du von fünf Leuten zwei Mal die ganze Zeit getreten wirst. Wer hat sich dieses Rennen ausgedacht? Wer hat sich die Autos ausgedacht? Oh, warum? Das liegt doch nicht alle auf mich. Gott sei Dank bin ich nicht dabei, ey. Tschüss, Prats! Oh, Gott! Wie er sich mal freut, ne? Wenn er einen überholt. Dann reiß ich den Gang fest! Ich kann nicht mehr fahren! Ey, ich roll den Berg grad runter. Ich hoffe, wir explodieren nicht. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Tschüss, Rally! Genau das! Oh, diese Büsche! Wollt ihr mich verarschen? Ja, sobald du einen Bug reinfährst, bist du direkt am Bremsen. Geht gar nichts mehr, ey. Oh, oh! Oh, Gott! Leg auf den Weg! Ich komme! Da ist ein Baum. Und Checkpoint erwischt. Ich auch. Ich war Zweiter. Well, shit happens. Ja, ich bin Fünfter! Ich bin Dritter. Woran liegt denn das? Hey! Der Berg hat sehr, sehr viele Opfer gefordert. Nein! Mami! Mami! Nein! Auto! Anderes Auto! Ich bin Dritter! Ja, ja, komm her, komm her! Nee, Early! Nee! Early gewinnen! Dann hören wir jetzt auf! Dann hören wir auf! Alle! Dann wird auch nicht hochgeladen! Alle für mich! Das ist Videomontage von Early. Eigentlich hat er nie gewonnen. Naja, wenigstens kriege ich meinen Wetteinsatz. Der Dude, Alter! Mach! 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 Sie! Was? Du hast da nie von rübergekommen. Grünst du Wasser so gut? Was ist da passiert? Ja, ich weiß. Und dann bin ich explodiert irgendwie. Nein! Ich hab einen Berg! Ja, ich sehe das Ziel! Ich sehe das Ziel! Ich sehe das Ziel! Fahr! Fahr! Fahr zu! Fahr zu! Jetzt frei doch nicht so! Boah, Early, ey! Erst wieder irgendwo im Mittelfeld, weißt du? Partyart! Abzeichnung! Abfocker! Macht hier coole Moves! Mach ich doch, ey! Die Karre Vollzeit emuliert, ey! Weißt du? Vier von acht ist Early! Ja! Jetzt mal ein Fass aufmachen! Wie? Wir machen Fass auf? Ja! Ja! Ich hab Beste gewonnen! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Habt ihr alle auf mich gesehen? Er war ja klar! Dann macht man halt Geld, ne? Ach, stimmt! Das ist ja eigentlich ne gute Idee, ne? Kann ich mir endlich mein zweites Penthouse kaufen, wenn ich ihn mal auf da sitze? Ich fand nur richtig, wenn es um viel Geld geht! Ruhm ist dir egal, ne? Dann kommst du auch gern mal als dritter rein! Cash! Cash ist Cash! Also jetzt gucken, dass hier mehr Leute als acht mitfahren können, ist hier nicht! Ja! Wir können nochmal aktualisieren versuchen! Und... Ne! Doch! Hier! Drunter und drüber! Drunter und drüber! Ja! Ja! Ist mit Flugzeugen und so, ne? Wir gehen... Warte! Drunter und drüber Leute! Rechts! 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 Unten einer! Wir haben doch schon drei! Unten rechts! 3K! Driftige! 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 Ja, man weiß nie, wer da immer rausfliegt! Ist immer so viele! Ja! Driftige! 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 Wie kann man die Dinger nochmal einfahren? Driftige! 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 Keine Ahnung! Driftige! 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 Alles nur kleine Propellerflugzeuge oder Segelflugzeuge Mit Chats fand ich ehrlich gesagt ganz cool, aber Flugzeug ist so langsam und langweilig Es wird ewig dauern Die Ladungscheine sind so nervig einfach, ne? Wahrscheinlich kannst du nichts Flugzeug ändern Kannst du nicht umstellen von Flugzeug auf Irrschenbrich? Kann ich nicht Nein Kannst du wenigstens GTA machen? Nein Und Flugzeug auf Fahrrad Wie denn? Willst du die Scheibe in deinem Cockpit aufsteigen? Jaaa Du hast ihn direkt rausgezogen Boah, nimm ich dich mit Vielleicht kannst du ja eins Carp oder nicht Ich schneide mich an Wie bei Just Cause It's on Kommt ja auch der dritte Teil bald raus, ne? Oh mein Gott, wir fliegen Jets Nein, wir fliegen nicht Crap, ey Was nehmen wir denn? Ist ja egal, ne? Minimal ist der Miljet schneller Nehmen wir Luxor Wer nehmen wir? Luxor? Wer nehmen wir? Luxor? Der Miljet ist nicht da Nimm es der Miljet Nimm es der Miljet Die Air Force One Den Milfjet nehm ich Den Milchjet nehm ich Ich nehm auch lieber den Milchjet Milchjet nehm ich auch Den Milchjet nehm ich auch Den Milchjet nehm ich auch Den Milchjet nehm ich auch Milchjet ist toll Oh Gott, wir wissen ja alle wie gut ich fliegen kann Wie, warte, Moment hier Wie kann ich nochmal Gas geben? Das ist jetzt hier anders, ne? WS Also WS BAS B5 Und B5 1 Wie zieh ich hoch die Scheiße Mit der 5 aufnem Lampedge Hrichtig Da ist ein ganzes Flugzeugwrack in den Sachsen geflogen. Weil Early mich wieder gerammt hätte und dann habe ich Crips auch noch mitgefüßen. Jetzt hier ein spannendes Rennen, Leute. Leute, Leute! Early! Oh nein! Das ist einfach mal die Aussicht. Was soll denn das denn? Nein, das Problem ist, drehen ist auf meiner Aufnahme-Taste. Ich kann mich nicht drehen. Ich bin schon wieder der Star! Wieso ist Crips so schnell? Weil er den Milchjet hat. Crips ist so ein richtiger Milchhunter. Milchhunter? Der Milchjet. Nein, Milchjet, Mann. Oh, ich habe gerade meine Feder ausgefahren. Fehler. Lowrider. Oh, McFly. Kann man da noch so schräg machen? Alle ganz ruhig und angeschwunden. Neee! Ich will halt nur nicht Peter Early landen. Im wahrsten Sinne des Wortes landen. Boah. Ey, ich bin noch nicht unter ner Brücke durch. Ich erleichtert mein Leben. Wir sind uns gleich freigestellt. Du kannst theoretisch auch unterfliegen. Ah, Link, man! Nein! Nein! Oh, da vorne rammen sich zwei gleich. Hu! Hu! Crips schickt uns erst. Geh weg da! Jetzt geh du doch weg! Du kannst ja ausweichen! Ja, das habe ich eben schon versucht. Los, Crips, wenn du cool bist, fliegst du über der Brücke durch. Über der Brücke durch? Du 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 du. Wenn du cool bist, fliegst du über der Brücke drunter. Oh, da rammt ja noch Crips gleich. Oh, Alter. Lobius. Oh nein, da komme ich nicht mehr rüber. Wie hat Lobius das jetzt überlebt? Ich checke es nicht. Wo kommt ein McFly auf einmal? Jetzt kriege ich Lex, jetzt kriege ich gerade Karten. Nein. Wie komme ich denn zu einem Checkpoint rüber, bitte? Nein, ich kann nicht drehen! Ich kann nicht zum Checkpoint drehen! Ich will die Aufnahme nicht verändern! Oh mein Gott! Alter! Crips stürzt ab, glaube ich! Mami? Liquid! AAAAAAAA! Neiii! Oh, ich habe den Boden gestriffen, ey! Das war richtig knapp mit einem Flügel! Oh, MaxFly! Oh, MaxFly! Oh, das dritte Mal, dass MaxFly hier wieder abschießt, ey! Ey! Eee! Eee! Liquid bitte nicht! Ich habe es nicht vor! Komm, ich ist hier! Ich bin jetzt Grießbrat! Neeee! Weiß einer, warum mein Flugzeug eigentlich irgendwann gelb war? Ich hab eigentlich ein blaues. Ich hab so ihre Augen einfach die Farben verändern. Ich frag mich grad so, ich hab ja ein blaues Arzt. Ich hab das wildes Fluges umlackiert. Ich will nicht mehr. Guck mal, wie süß Erli. Ja, Erli lässt sich auch zeigen. Fahr mal die Blanzklappen ein. Ich kann nicht drehen. Ich kann nur mit A und D. Das Kurze kann ich nur lenken. Hä, warum? Was mit 4-5 auf dem Numbpad? Mal drehen auf meine Aufnahmetaste, sonst ferne ich die Aufnahme. Er schafft es nicht. Fahr doch einfach. Lenk mich! Nicht mal ein Abstürz. Nicht mal abgestürzt. Das ist schwach. Guck mal auf die Zeit, ey. Ja, die Zeit ist krass. Die Zeit der ersten drei ist heftig. Ja, wir waren ja alle da. Bis McFly halt sich da... Wie kein faires Ding. Ja, mich hat er auch noch abgeschossen. Ich war dritte bis... Mein Gesicht sieht nicht mehr so gesund aus. Ich hab mit dem Flügeleimer den Boden... Guck, der war aufgelandet auf dem Strand. Da hab ich den Checkpoint verpasst, leider. Ja, Cranks, was war das denn? Bei uns ein Hundertstel, Cramps, ey. Hm? Auf wen hast du gesetzt, Cranks? Ich geb keinen Daumen. Ich geb keinen Daumen. Auf wen? Auf dich? Ich setz immer auf mich, ey. Egal, Leute, was wir tun, ich bin rau. Ja, 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 ja. Was machen wir jetzt? Äh, ne, warte, ne, warte, ne, warte. Ja, jeder was anderes, oder was? Das haben wir noch nicht gespielt. Und links. Oh, Verkehr ist, wenn's kracht, ey. Nur wegen dem Namen, Leute. Mach Freude! In den Titel jetzt ohne Early. Mehr Likes. Weg ist er. Den Punkt muss ich mir merken. Oh, können wir jetzt hier mit Beifahrer machen? Damit ich Early aus der Videobeschreibung muss. Team GDR, ja. Oh, ja, bitte. Aber mit Random. Also Beifahrerwunsch random. Beliebig. Ja. Bevorzugte Rolle könnt ihr euch aber auswählen. Ah, Beifahrer, Beifahrer. Einer fehlt aber noch in der Login. Ich will Beifahrer sein. Ja, das könnt ihr euch aussuchen. Alle nur Beifahrer. Aber Partner beliebig. Keine Ahnung, wir sind los, weil wir alle Beifahrer sind. Nee, ich mach Fahrer. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das wird geil. Das wird geil. Ich nehm der, der es aufs Dach schnallt. Leute Motorik, das wird ja geil. Was? Das hab ich gleich gesehen. Hast du Motorbild eingestellt? Oha, ich darf mit McFly fahren. Was bin ich? Beifahrer? Ja. Sind wir die Akuma dann einfach oder was? A la Akuma. Ich bin Beifahrer. Keine Ahnung, ich darf gar nix tun. Alle die Akuma oder was? Ja. A la Akuma. Okay. Ive hast du, hast du mich ausgewählt oder was? Nein, ich hab Liebig gemacht. Okay, dann gibt's Feiltasten und WASD, ob du die angezeigt bekommst. Ich weiß nicht genau welche. Oh Gott, das wird ein Motor. Das Schicksal. Muss ich mir den Weg sagen? Ist das das hier? Das Schicksal wollte es, oder? Ive, du musst mir den Weg sagen, irgendwie. Oh mein Gott. Was? Ne, das liegt der andere doch auf, oder? Mit A und D glaub ich war das. Ne, das andere ist Rally. Das ist Team Rally. Sagst du kannst schießen? Ne, ich kann fahren. Das ist ganz normal. Du musst nur schießen, Ive. Geil. Okay. Sag mir, ob du die Punkte siehst. Du musst immer nah an die dran. Ich hab nämlich ne Schrotflinte. Ja, sech. Ich fahr schon mal früher los. Kennste ja. Ne, geht gar nicht mit Ive. Dabei hab ich schon bei 1 Gas gegeben. Ich hab gar keine Munition. Wann kann ich denn hier? Oh Gott noch. Sauber. Hier. Fick dich. Fick dich. Wieso bremsen? Kannst du bremsen, Ive? Nein. Rance, du kannst die Raketen schießen. Ah, okay. Oh. 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 Ich bin abgestört. Irgendwas bremst du immer. Ich mach nix. Scheiße. Ich hab grad meine Hände gar nicht irgendwo ran. Jetzt ehrlich. Irgendwann bremst mein Fahrzeug immer. Äh, Craps? Ja, bitte. Wo bist du? Okay. Ach, Grants, hi. Was vertanst du für ne Kacke? Meiner ist einfach abgeschoben. Also dürfen wir uns gegen die jetzt nicht abgeladen. Ja, aber Dalu, du hast recht, dass wir mit dem Bremsen sind. Also meiner hat teilweise auf. Wenn mein Erster ist, dann bremst er plötzlich einfach. Man hat ja nur kurz. Da, schon wieder. Was machst du? Wir haben keinen Reifen mehr. Was machst du jetzt? Wir haben uns den Reifen weggelegt. Ich bin cool. Bist du auch neu gespawnt damit? Ja. Ja. Fällts, Alter. Du bist nie. Die ist auf dem Reifen die Hieb in die Kante. Ja, das geht's für Kraft. Jawoll. Oh. Hinter uns. Ich hab keinen Jeep Partner mehr. James hat die Schnauze gelegt. Im Heck flach. Oh. Fuck you. Die Craps hat uns gesprengt. Sehr gut, Craps. Du musst jetzt ein eigenes Motorrad hieb. Ehrlich? Komm, Yves. Du musst ein eigenes Moppet haben. Craps, bist du hinter mir? Ja. Alles klar. Nee, dann schießt du jetzt nicht nach hinten. Ich krieg keine. Nee, mach nicht. Warte, wenn ich Riesmann noch... Halt F, halt F, ja. Jetzt krieg ich ein eigenes, das ist ja doof. Hahahaha. Hallo, Bios. Hahahaha. Das gibt's doch gar nicht. Du musst auch nach vorne gucken beim Fahren, ne? Ja, ich hab's gemerkt. Alter, was hab ich denn bitte für eine Rennmaschine? Ich hab das für den Tipp. Ey, aber was war das mit dem Bremsen? Das war mega strange. Yves ist einfach ein bisschen... ...kopulenter. Ja, genau. So ne Fettwurst. Nee, aber das war... Was? WTF? Die hat nur schwere Knochen, hab ich gehört. Ja. Ich bin am Arsch. Da bin ich Zweiter, kann doch gar nicht stehen. Jetzt, ey! Falt auf! Der Motorrad übersteuert. Das Motorrad ist zu laut, oder? Aber wie ist das denn? Haben wir dann doppelte Platzjungen, Daniel? Nein, nein, es ist... Wenn Daniel jetzt also kommt, bist du auch automatisch. Sag sie. Sag sie. Ich weiß nicht, weil... Weil alle fahren einfach nur ganz normal. Ich kann die Dinger nämlich jetzt nicht versiedeln. Ah, ich bin richtig. Nee, doch nicht. Die ersten vier fahren einfach mit ungefähr immer 500 Meter Abstand. Es wird nichts passieren mehr. Ja, scheiße. Wird's doch nicht. Weil der, der hinter mir ist, ist der aus meinem Team. Ach so, wenn Sachse... Ich könnte eigentlich bei Sachse spawnen. Glaub ich muss hier lang liegen, ich weiß es nicht. Siehst du es nicht mehr? Nein, wenn du die durchgefahren hast, sehe ich die nicht mehr. Ja. Oh, sorry. Das ist jetzt ein bisschen weit weg. Waaah. Ja, ist schon okay. Warst du daran? Aber ich bin... Nee, ich bin falsch gefahren gerade. Glaub ich schon. Alle ganz leise, alle konzentrieren. Das heißt, du musst gar keine Checkpointe mehr einsammeln, oder was? Nee, nee. Das stimmt, ich muss die auch nicht einsammeln. Das stimmt. Okay. Ja, das mit dem Spawn ist verbuggt meiner Meinung nach. Oh Gott, falsch. Ja, das kann ja auch nicht gewollt sein. Ja, das kann ja auch nicht gewollt sein. Ja, gewollt? Nee, ich bin falsch. Das kann man ja einfach beheben. Ich glaube, das ist einfach nur blöd eingestellt. Also vom Spiel aus von vornherein, meine ich halt. Na da, du bring das nach Hause. Baby, bring das nach Hause! Ich kann das nie nach Hause bringen. Ist ja hier so ein gemütliches, abendliches Rennen, als wenn wir da mit unserem Biker-Club so eine kleine Hunde drehen. Ja, es ist so, es passiert halt gar nichts mehr. Alle fahren hier ihr Rennen. Und sieht einfach nur die schönen Punkte. Dreht um. Dreht um. Das ist ja wirklich... Nice try, Craps. Mal hier runterfahren. Ist er trotzdem noch zweiter Craps? Ja, Fein, du findest den Weg ja auch gar nicht mehr, wenn du die Checkpoints nicht hast. Holy fucking... Weiß gar nicht, wo ich hin muss. Was ist denn das jetzt für ein Schwerder-Splump? Aber jetzt kannst du nach hinten schießen. Liquid. Okay. Ja, macht keinen Sinn. Da vorne ist das Ziel und ich sehe keinen hinter mir. Oh, ich bin falsch gefahren. Ich glaub das... Hey, spring! Nein! Ah, scheiße, das war doof. Gewonnen. Theoretisch hätten wir uns aufteilen können mit den Checkpoints. Ja, theoretisch hätte ich auch immer weiter zurückbleiben können, die alle noch weiter aufhalten. Alle sind einfach schön locker ins Vier gefahren. Das war richtig spannend. Am Ende habe ich Craps nochmal kurz gesehen. Okay, dann komm ich hier weg. Das war das Highlight des Rents. Wo ist das Ziel? Wie komm ich zum Ziel? Wie komm ich zum Ziel? Ich bin relativ am Anfang, sind wir geplatzt und dann... Wie, wo bist du denn? Falsche Stadt! Ich bin im Ziel. Wie kam das Motorrad siehst? Ich bin vierter. Ja. Es sind ja nur vier Teams gefahren. Vogel. Aber es wäre dann, wenn ich dann hinten auf deinem Moped gesessen hätte, dann wäre ich mitgeplatziert worden. Und so bin ich jetzt alleine. Du bist ja auch. Nö. Ja. 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 Waren wir noch da? Ich habe einen Rally gemacht. Klang ein bisschen nach Early, was ist denn da los? Ein beliebter Mann. Gibt's hier Rally? Gibt's hier Rally? Gibt's hier Rally? Ja, Rally ist schwer. Ja, mit Autos ist es halt schön. Ich meine nicht Rallye, sondern... Kleine Wagen. Nacht. Oh Gott. Oh nein, ich fahre! Nein, ich habe wirklich noch mal zurück! Zurück! Oh nein, bitte nicht Yves, bitte nicht Yves, bitte nicht Yves! Wieso? Was nehmen wir denn alle? Oh boah, schaut doch! Den Bifter! Was? Bifter, ja, Bifter. Bifter ist gut, das ist schön. Bifter, Leute. Yves und Lobius auch, ne? Lobius, es tut mir so, so leid. Wirklich. Ich habe aus Versehen ein paar Harn gegeben. Können wir nicht aussteigen und tauschen kurz? Bifter denkt dran, ne? Lobius mit B und so. Ich schieße, du fährst. So, McFly, ähm... Scheiße! Es könnte sein, dass du mir sagen musst. Der Sachse, ey. Wie setzt man die Dinger noch mal ein, Sachse? Was? Wie setzt man die Animation noch mal? So, Lobius. Jetzt zeig ich dir mal, wo der Froschi Locken hat. Halt! I will... Hold up. Hold up. Yeah! Swirl. Bis zum nächsten Mal.